Ich besitze mein MacBook Pro Retina mit 13 Zoll nun schon ein Jahr lang und möchte euch in diesem Video über den Gerätezustand bzw. wie ich generell mit der Leistung zufrieden bin informieren. Da ich auch öfters mal die Frage bekomme, ob sich der Kauf noch lohnt oder ob man auf ein neues warten sollte, werde ich auch das herausfinden. Also los geht's! Vorab, wenn ihr mein volles Review zu dem MacBook sehen wollt, findet ihr einfach einen Link in der Beschreibung oder jetzt oben rechts in der Ecke eingeblendet. Grundsätzlich hat sich am Gerätezustand nichts verändert. Ich habe weder Kratzer noch sonstige Dellen und das MacBook bleibt auch generell bei guter Behandlung in guter Form. Das Design sagt mir natürlich immer noch zu und bleibt bei einem MacBook auch eigentlich zeitlos. Mit dieser Generation wurde auch erstmals das Force Touch Trackpad eingebaut. Die besondere Arbeit hierbei ist, dass es keinen Klick an sich mehr gibt, sondern dieser durch einen Vibrationsmotor quasi simuliert wird. Dadurch ergibt sich auch die Möglichkeit des Force Klicks, mit dem man zum Beispiel Links vorschauen kann oder schneller vorspulen kann. In meinem separaten Video dazu könnt ihr noch mehr erfahren. Aber wie ist das Trackpad nun an sich? Mir gefällt das Gefühl beim Drücken recht gut. Am Anfang war es zwar noch etwas ungewohnt, überall gleich drucken zu können, aber man gewöhnt sich sehr schnell daran. Ein alleiniger Kaufgrund ist es aber ganz klar noch nicht. Ein großer Punkt, wenn man sich ein MacBook Pro kaufen will, ist natürlich die Leistung und mit der bin ich für meine Verwendungszwecke mehr als zufrieden. Ich nutze das MacBook hauptsächlich unterwegs und schneide hin und wieder mal ein Video damit. Selbst der Schnitt mit 4K-Videos ist unter Final Cut kein Problem und lässt selbst die Lüfter kalt. Alltägliches ist somit auch kein Problem. Damit man aber auch alles speichern kann, braucht man Speicher und der hört sich bei meiner Version mit 128 GB sehr knapp bemessen an. Der Flash-Speicher sorgt aber dafür, dass dein Mac in wenigen Sekunden hochgefahren ist und Apps auch mit einem Wimperzucken geöffnet sind. Ich persönlich habe noch eine externe Flash-Festplatte, auf der ich unterwegs Dateien auslagern kann, aber wer viel unterwegs macht, der sollte die Version mit mehr Speicherplatz wählen. Ich persönlich habe noch 60 GB derzeit frei, was quasi die Hälfte ist. Damit einem unterwegs aber auch nicht der Saft ausgeht, braucht man einen starken Akku, der bei mir meist an die 10 Stunden gehalten hat. Klar, wenn man viel Leistung braucht, kann man gerade so die Prozente purzeln sehen, aber ist man im Internet unterwegs oder schreibt eine E-Mail, hält das MacBook echt ewig. Damit sich das MacBook auch Retina nennen darf, ist das wirklich sehr geile Display mit einer Auflösung von 2560x1600 Pixeln verbaut. Man sieht keinerlei Pixel und zum Arbeiten mit Bildern oder Videos ist es einfach nur genial. Die Blickklinke ist in Apple-typisch natürlich auch im Alltag sehr gut. Alles in allem bin ich mit meinem MacBook immer noch so zufrieden wie am ersten Tag. Ich hatte nie irgendwelche Performance-Probleme oder sonstige. Das MacBook läuft einfach. Um nun zur abschließenden Frage zu kommen, lohnt sich also das MacBook zum heutigen Tag noch oder sollte man auf ein neues warten? Grundsätzlich muss das jeder selbst für sich entscheiden. Jedoch kann man hier noch bedenkenlos zuschlagen. Es kommt natürlich darauf an, ob man immer das Neueste haben muss oder auch damit klarkommt, etwas Älteres noch zu haben. Zudem wird das MacBook auch immer billiger und kann zum Beispiel bei MagTrade, wo ich meins erworben habe, für 1389 Euro mit einem kleinen Geschenk und zusätzlich sogar der Möglichkeit 100 Euro beim Edo-Rabatt zu sparen, gekauft werden. Ein Link dazu findet ihr natürlich in der Beschreibung. Das soll es nun mit meinem Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, würde mich über ein Like oder über Feedback in den Kommentaren freuen. Bis zum nächsten Mal, ich bin's Lukas und ciao.